Darum solltest du programmieren lernen, auch wenn du vielleicht kein Programmierer werden willst. Nummer 1. Du lernst einfach sehr genau, wie ein Computer funktioniert und wie man Probleme lösen kann. Und das Ganze lässt sich auf alle Computerprobleme übertragen. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, ein Programm zu verwenden oder nicht mal schaffst, das zu installieren, wenn dein Druck an dich geht oder andere Probleme auftauchen, weißt du besser, wie du diese Probleme lösen kannst. Nummer 2. Du lernst viel strukturierter zu denken. Und das Ganze hilft dir nicht nur beim Programmieren, sondern allgemein im Arbeitsleben und in deiner Kommunikation mit anderen Menschen. Beim Programmieren musst du dem Computer deine Aufgaben sehr genau beschreiben. Und wenn du nur einen winzigen Fehler in der Beschreibung der Aufgabe machst, klappt das Ganze nicht. Und das Ganze hilft dir auch bei anderen Aufgaben im täglichen Leben. Nummer 3. Du kannst Aufgaben automatisieren. Es gibt so viele Sachen am Computer, die viele immer händisch machen. Ich schreibe mir dafür meistens einfach kleine Skripte. Wenn ich beispielsweise die Videos auf meiner Kamera gedreht habe, dann öffne ich einfach ein kleines Skript, was automatisch die Videos von der Kamera, mit der ich gerade aufnehme, importiert. Und das Ganze spart mir jeden Tag sehr viel Zeit. Es gibt noch so viel mehr, was man mit Programmierung machen kann. Schreib gerne in die Kommentare, was dir noch einfällt.